einen wunderschönen guten morgen die zum ersten mal da sind und herzlich willkommen zurück an alle die schon wieder da sind am traumhaften dienstag also traumhaft ist der dienstag nicht werde ich auf die kurse guckt mario diabolische 66.666 punkte der bitcoin kurs ein minus aktuell von minus 4,3 prozent klingt hart aber wir mehr gestern oder eigentlich habe ich euch die letzten tage immer wieder darauf vorbereitet dass ich glaube dass wir einen dropp bekommen auch wenn wir gehofft haben dass wir noch ein weiteres hoch bekommen haben wir ganz ganz klare level herausgegeben wo wir gesagt haben ab hier denken wir dass das top bereits drin ist meine meinung nach ich glaube in nicht dass es jetzt ein weiteres hoch gibt ich denke hier dass das top drin ist und dabei in anführungsstrichen bleibe ich ja damals haben wir gesagt okay diese zone hier die sieht ungünstig aus dann haben wir die abwärtsbewegung kriegen wir haben gesagt wenn was wir von hier nach oben kriegen das sollte eine gegenbewegung in diese zone hier werden diese zone hat jetzt nach dem wir den drop gekriegt haben sehr sehr gut funktioniert wenngleich wir auch gesagt haben okay wir würden hier vielleicht noch ein weiteres hoch erwarten in 73 bis 74.000 das gab es nicht jetzt ist für mich persönlich der drops gelutscht jetzt glaube ich nicht mehr daran dass wir hier oben noch mal reinkommen sondern dass wir in den nächsten tagen durchaus das potenzial auch hier haben dieses tief bei 62.000 noch einmal anzutesten ja ich würde zum jetzigen zeitpunkt auch so wie es jetzt aussieht auf stundenbahn sind wir deutlich über verkauft wir sind auch wenn wir umschalten würden auf dem vier stunden chart an einem kleinen horizontalen support ihr seht das hier auf der linken seite wenn ich den einzeichen da sind wir immer wieder in diese zone gekommen ja es kann also durchaus sein dass wir hier eine gegenbewegung kriegen in 68 vielleicht sogar noch mal auf das richtung des alten all-time hals 68 8 aber das wird jetzt zum späteren zeitpunkt diesen support hier verlaufend bei der marke von 500 von 66.500 nach unten hin brechen das allererste wo wir dann hinfallen sollten ist hier die marke von grob 64.000 bis 64.750 ja und gestern habe ich euch die tage darauf aufmerksam gemacht immer wieder dass wenn wir eine support line brechen sehen dass es dann erstmal ungünstig enden wird hier habe ich euch gestern gezeigt dass wir diese diagonale und spätestens dann auch wenn der ehemalige wenn das ehemalige old time high bricht dann wird es ungünstig ändern und wie ihr jetzt hier setzt dann wurde es hier nach unten hin gebrochen das war das anzeichen von schwäche dann haben wir es versucht das zu reclaimen haben es nicht geschafft ja das war im endeffekt dann hier eine gegenbewegung abwärtsbewegung gegen jetzt geht es hier weiter runter und das ist meiner meinung nach auch nicht alles gewesen also wie gesagt egal was jetzt hier passiert und das habe ich auch gerade schon im allkorn update gemacht lasst die finger im moment so ein bisschen von train wenn wir in den letzten tagen ja nun jetzt schon mal vom hoch zum tief wenn wir das hier nehmen soll grob sieben prozent verloren haben und jetzt gerade auf stundenbasis hier in den über verkaufen bereich eingetreten sind genauso wie auf vier stunden basis da haben wir noch nicht mal einen bereich erreicht wo ich sagen würde okay das würde mich jetzt hier dazu verleiten in irgendeine long position zu springen oder irgendwie sowas ja dann lasst doch einfach die finger vom train ja wirklich es ist dieses narrativ dass ihr immer immer und immer handeln müsst und in jeder sekunde in irgendeinem trade drin sein muss das ist vollkommen hirnrissig ja es gibt kein setup und von daher lasst es einfach sein wir würden vielleicht ein setup kriegen ja sollten wir von hier aus nach oben gehen und wir sehen dann hier ein überlaufen das ist ein short setup dann wenn wir nicht nur dieses tief unterschreiben sondern hier unten in diesem bereich vermutlich fallen von 61 bis 62.000 dollar ja und das wäre dann ein setup jetzt gerade gibt es hier mit sicherheit nichts zu tun bei bitcoin trotzdem müssen wir natürlich jetzt zugeben dass das erstmal nicht günstig aussieht egal ob wir jetzt hier eine gegenbewegung starten oder nicht erwarten wir dass wir dann den preis den wir heute morgen vor zwei stunden angetippt haben die 66 4 bis 66.450 nach unten unterschreiten und der nächste wirkliche halt ist dann hier zwischen 65 und 64.400 für bitcoin den wir dann die nächsten ja vielleicht heute aber es kann auch durchaus sein dass wenn diese gegenbewegung kommt dass die ein bisschen länger dort dass wir den preis dann erst morgen erreichen bei bitcoin nichts und trotz gehe ich davon aus dass jetzt hier kein weiteres hoch als diese vier kommt ja dass wir noch mal in 73 74.000 gehen denke ich nicht ich halte das für unrealistisch ja sondern dass wir jetzt in den nächsten tagen kann auch eine woche dauern dass wir hier den preis mindestens noch mal antippen bei 62 bis 60.700 wenn wir den nach unten unterschreiten ist meine support zone hier zwischen 58 und 53.000 bei bitcoin ob wir dahin kommen wird sich dann praktisch erst entscheiden sollten wir hier den letzten support den wir hier leicht angetestet haben nach unten hindurch brechen bei bitcoin bei ethereum sind wir bei 3362 auch hier haben wir gehofft dass wir noch ein weiteres hoch kriegen hier oben in diesem bereich das gab es nicht das heißt es ist auch hier ein deutliches anzeichen von schwäche ethereum ist sowieso schwächer als bitcoin unterwegs aufgrund der ethereum bitcoin valuation wenngleich wir auch hier gesagt haben hey passt mal auf wenn es zu einem weiteren hoch kommen sollte bei bitcoin wird ethereum bitcoin in dieser diesen kleinen push outperformen das ist jetzt nicht passiert die ethereum bitcoin valuation ist auch ein bisschen weiter abgefallen denn auch auch hier als wir gestern das update gemacht haben haben wir gesagt okay passt mal auf dass wir hier gescheitert sind das war jetzt nicht schlimm es war auch zu erwarten aufgrund einer bärischen divergenz erst wenn wir diesen punkt nach unten hindurch brechen wir das ganze ungünstig ausgehen dann haben wir nach unten gebrochen hier mit dieser kerze eigentlich war diese kerze ja schon ein anzeichen von spreche bei 3500 und 9 dann wird nach unten gebrochen sind praktisch hier in richtung der nächsten support linie gefallen haben hier das ganze gerietest und jetzt auch das nach unten hin über wundet von meiner seite aus sehe ich auch hier genau wie bei bitcoin kein weiteres hochkommen wir können diese zone weg machen das können wir uns jetzt deutlich deutlich abschminken dass wir da oben nochmal in die in diesen bereich kommen ethereum auch hier aufgrund der schwäche würde ich sagen haben wir das potenzial die nächsten tage sollte bitcoin weiter fallen die marke von 2800 dollar anzutesten das klingt zu diesem zeitpunkt sehr sehr brachial ja aber aufgrund das habe sehe ich hier durchaus noch mal weitere minus 16 prozent die wir in den nächsten tagen bei ethereum vermutlich sehen werden ja das erste anzeichen natürlich dass es hier nach unten geht das hatten wir bereits jetzt haben wir auch die nächste diagonale linie nach unten durchbrochen auf stundenbasis sind wir ein bisschen über verkauft das heißt auch hier ähnlich wie bei vielen all coins kann man sich dann hier eine gegenbewegung vorstellen vielleicht sogar noch mal in diesem bereich aber das wäre meine meinung nach nichts weiter als eine gegenbewegung und ich erwarte eigentlich dass wir hier diesen bereich über die nächsten ein zwei tage antesten dass es hier noch mal hoch geht und dass wir dann schlussendlich deutlich nach unten durchsacken werden und der bereich hier wirklich um die 2850 bis 2800 dollar der scheint mir dann ein bereich zu sein für den ich ethereum in den nächsten ich will jetzt nicht sagen wochen man weiß nie wie lange sich so eine korrektur erschreckt ja wenn sie genauso lange dauert wie der erste teil dieser korrektur dann kann das schon mal ganze acht tage dauern also eine gute woche ja und das ist auch sehr sehr realistisch dass es ebenfalls so den gleichen zeitrahmen in anspruch nimmt also ich mache es heute wirklich sehr sehr kurz bitcoin und ethereum es sollte jetzt niemanden überraschen dass wir fallen ich habe euch darauf vorbereitet dass ich glaube dass das ganze nur eine gegenbewegung ist sowohl bei bitcoin als auch bei ethereum als auch natürlich dann logischerweise noch ein deutlich weiter in richtung süden fallen beachtet dass wenn ich jetzt sage okay wir fallen bei bitcoin hier unten in den bereich um die 60 bis 61.000 dass wenn wir dann morgen auf einmal bei 68.000 stehen und hier wie hier ein retest kriegen dass der eine oder andere vogel dann schon wieder rauskommt lange dauern kann wir machen was aber gesagt wir gehen auf 60.000 ist aber nicht passiert ja dass das ganze echt lange dauern kann ihr seht ja auch hier die korrektur bei bitcoin er hat sie auch ein paar tage hingezogen ja das waren ja auch gute sieben tage das heißt der kurs der geht ja nicht und natürlich manchmal auf stundenbasis nimmt er hier so einen fetten dip ja hat er ja hier auch getan auf der linken seite aber das dingen bewegt sich ja runter gegen wir runter gegen bewegen runter gegen bewegung ja und genauso wird es sich auf der rechten seite hier aufhalten runter leichte gegen bewegen runter gegen das nimmt einfach zeit in anspruch ja also nur weil ich jetzt sage okay wir sollten in den nächsten tagen hier in den bereich um die 60.000 fallen muss das nicht heißen dass wir heute dahin kommen oder dass wenn wir morgen mal 68.000 stehen um ein wichtiges level zu retesten ja dass ich unrecht gehabt habe oder sondern meine meinung nach ist dass ich jetzt vermutlich als ungeübter trader erstmal meine Pfoten von der ganzen sache lassen würde den kurs ja mit adler augen beobachten würde und dann hier unten in diesem bereich um die 60.000 wenn wir da durchbrechen sollten kann es auch sich weiter in richtung 52 bis grob 57.000 in richtung süden extendieren dass ich da dann mal genau gucken würde wo ich eine vernünftige position eröffnen kann oder nochmal ein bisschen spot kauf oder so bei bitcoin und co ab von meiner seite aus sehe ich jetzt erst einmal tiefere kurse in den nächsten tagen bei bitcoin bei ethereum und auch bei allen allen all coins ja und das kann dann auch hier wirklich noch einmal gute 10 prozent bei bitcoin und demnach weil bitcoin weiterhin sehr sehr stark ist aufgrund der hohen bitcoin dominanz und aufgrund dass ethereum gegenüber bitcoin relativ schwach ist das kann die all coins dann natürlich um 15 bis durchaus auch 20 prozent in richtung süden ziehen meine meinung dazu wenn die dieses update ein bisschen mehr wert geboten hast hast du möglichkeit das ganze mit einem like zu unterstützen oder einen kommentar nach dem video zu hinterlassen ansonsten kannst du dich gerne über einen link irgendwo in der video beschreibung registrieren das würde ich auch sehr sehr feiern ansonsten habe einen traumhaften start in diesem trading dienstag was die pfoten davon lass dich nicht belabern dass du jetzt unbedingt in eine trade reinsteigen muss es kann sein dass wir die nächsten tage deutlich tiefer tendieren und wir dann dort vernünftige einstiege bekommen bei bitcoin und co deswegen wünsche ich dir jetzt einen angenehmen bis zum nächsten Mal